Yay! Gib, 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 gib! AHHHHH! Inkompetent! Ich werde das Spiel jetzt weiterführen, zusammen mit Markus, den werdet ihr noch kennenlernen. Und ja, mit diesen Worten wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen zu Multiplayer. Ich spiele Dungeons & Dragons 2 mit Markus. Link in der Beschreibung. Und ich glaube, das ist das erste Mal auf dem Channel, dass ich etwas alleine aufnehme. Mit Markus natürlich jetzt. Gemeinsam einsam mit Penny. Genau. Wir haben uns gedacht, wir spielen Dungeons & Defenders, weil das Spiel geil ist. Jo. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal. Mit dem ersten Level. Kabe! 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 AHH! Oh ja. Und so ein Koko. Ähm. Ja, wie ihr seht. Wir haben... Also wir haben auch andere Accounts mit anderen Charakteren. Die sind schon stärker. Aber wir haben Dungeons & Defenders schon länger nicht mehr gespielt. Und ich zum Beispiel weiß die Steuerung gar nicht mehr. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Ähm. Ja, wir fangen einfach mal an. Ja, wir fangen einfach mal an. Stay to getach. Stay to getach. For ever. For ever. For ever. Da da da. Da 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 da. I love it eh. Wenn ich Dungeons & Defenders 2 spiele, das ist mein McMovement. Entschuldigung, dass es ein bisschen komisch steht, aber wir sind beide wieder verschnupft. Ja, ja. Ich weiß gar nicht wie das kommt eigentlich, ist der Winter jetzt vorbei. Wir haben ja jetzt April. Haben wir April? Na, wir haben März. No. Ja. Vollkommen verplant. Benni kennt sich nicht aus. Weißt, ich hab einfach keine Arbeiten, alles los, dafür gehst man schon die Tage. Ja. Der Arbeitslose-Kinder. Die Struggles. Damn. Du weißt, dass das richtiger Struggle ist? Ja. Wenn man nicht genug Energie, äh, Platz hat für alle Champs, das ist ein richtiger Struggle. Ja. Was ist das? Das takes me, das takes me back, man. Oh man. Das ist eigentlich der Uchi-Uchi-Level, oder? Das ist ein stärkerer. Weil du hast ein stärkerer genommen. Echt? Ja. Weil die haben schon Type-Differences. Das gehen gar nicht wahrscheinlich nicht. Ja, ich mein, liebe Zuschauer, uns ist es alles viel zu einfach. Ja. Wir gehen gleich, pures Risiko. Kein Ding für uns. Wenn ich so etwas anderes aufstellen, oder machen wir das? Ich hab mehr Struggles, gerade zu finden, wie man Sachen verbessert. Äh, du kannst nichts verbessern auf Level 1, Benny. Das ist eindeutig ein Problem. Ja, ja. Ja, ja. Denkst du nicht, warum. Also, ich hab's bei mir vorsehen. Du willst auf der Magic und ich auf der normalen, hau ich da noch ein. Wenn mir ist auch viel Geld, also. Ja, also hau' wir aus, ey. Hau' wir aus, ey. Ich setz noch einen auf die Seiten da. Zack. 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 Wir haben das Money. Wir können das einfach leisten. YouTube Money einfach, ey. Ja, YouTube Money. Alter. Ich hab so viel YouTube Money. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Autos zuhause anfangen soll. Bei dir hat seine Lamborghinis gestapelt. Ja, und auch mit meinen 300 Schuhen. Weißt du, das ist ja cool. Mein Lebenstraum, einfach 365 oder 366 Schuhe dann immer pro Tag im Jahr. Ein neuer Schuhenpaar. Ja. Einfach kein Problem. Ja. Ich hätte noch ein bisschen Geld. Ja, ich hab auch noch 170 Euro. YOLO. Komm, da müssen wir was brauchen. Ja, start mal einfach, oder? Ich bin mir sicher, dass das ein anderer wäre. Ich nehm noch mal noch POP-Pet. Was nimmst du? Mein Pet. Oh ja. Ja, ich hab' ihr schon vorher erklärt. Ähm. Wir haben auch andere Charaktere, die sind ein bisschen stärker. Und Markus ist eine Pussy. Und... Und... Ich sag' dir, wir halten nicht deine Wirklichkeit. Und deswegen muss er halt zu einem Tier greifen, das halt mega viel Damage macht. Ich stand mal spülen. Und viel Damage ist jetzt auch nicht. Ich hör' deine Lehm, bitte. Ich hör' eine Mö, Mö, Mö. Genau. Schau mal den Damage an. Der Damage ist real. Kappa. Boah, Mann! Damage! Ja. Ja, kein Ding! Oh! Yo! Ah ja, wir haben schon die Explosions-Typen, die werden so gerackt, Penny. Ich hab's auch schon gesehen. Oh, mein Gott. Ah, fuck. Da ist... Ah, der ist nicht wieder. Gut, dass ich einen Chart-Shop habe. Oh! Kein Problem. Oder? Ja. Ja, schon. Sie haben die Abilities of Doom. Mach' mal. Ja. Eine Wave kann man vielleicht sogar schaffen. Ach, wir schaffen mal Lanes. Lanes, nicht über einen Waves. Ah ja, stimmt voll. Ups. Außerdem macht deine Stimme so zwei Kröten. Alter, mich war da fast so... Ripperieren geht gar nicht mit R. Bitte? Ripperieren geht mit R. Achso, ja. Und mit Z ist... Verkauft. Verkauft, ne. Und Upgrade ist glaube ich... Ich glaube, eh war's. Ich weiß nicht, ich kann... Man könnte drauf schauen. Wir haben auch... Wir haben ein ganzes Monatstaschen-Defenders durchgesuchtelt. Und sie wissen einfach, dass die Steuerung nach 1, 2 Murden nicht mehr... Easy, easy. Äh, äh. Oh! Ah, ha. So, du wärst das bei den neueren Games. Äh. Ah, schaut was an! So, Level 7er, das kann ich nicht benutzen. Ist einfach zu high-tech für mich. Boah! Alter! Da bräuchte es die Air-Cannons, Benny. Mit meiner Fähigkeit, das wäre okay. Level 3 erst mal. Ja, ich bin auch schon level 3. Ja, ich bin auch schon level 3. Du gibst das shit auf Level 2. Ja, machen wir gleich mal... Attack von den ganzen Turrets hoch. Ja, ich mache eh voll Turrets. Und das soll für mich. Der größttet hat. Wir dreamed haben. Die Nummer 4. Und das ein bisschen bis zum Teilen der Edition. Der größttes von Deckelsantil. Ich mache jetzt mit den drittenen Coco. Wenn er her Machen und der editions herrschen in der anderen Board. Ich mache die Nummer. Und das hier soll, was ich aber erst mal. Und das ist ein bisschen mehr. Ich mache vier 3. Ok, gut. Starten wir das mal. Ja. Schluss wird vorne. Was ich cool finde bei Dungeon Defenders ist, dass man gratis spielen hat können. Ist es noch immer gratis? Ja, es ist noch immer gratis. Es ist auch der Link in der Beschreibung. Wow. Ja, bei dir ist es los. Aber wir haben nicht nur League Space, deswegen kann ich nichts verbrauchen. Sind schon fliegende? Ja, ich bin aber eigentlich nicht so stark. Wenn du die Fähigkeiten da hast. Ist sicher. Immer schon ab, muss man es auch benutzen. Please. Oh, mythical Item. Ja, auf Level 8 oder sowas kann man sein. Auf was? Auf Level 13. Hast du Autocollect? Bitte? Mit Autocollect? Ja, habe ich ja. Okay. Muss ich nachher alles weg haben. Mit Autocollect, der wird automatisch nach jeder Runde, wie der Name schon sagt, die ganzen Items einfach aufgehoben und ins Inventar geschoben. Ziemlich praktisch. Würde ich auf jeden Fall, wenn ihr das Spiel auch spielt, anschalten. Ja. Aber es kann nicht sein, dass schnell mal die Taschen fallen. Also ja, das ist auch ein Problem mit Anschnitten finden. Es ist einfach immer das Inventar voll und das eigentlich ziemlich positiv ist. Ja, halt viel Lieder. Es ist gegen Ende. Es ist, also soll es verbessert werden sein, aber gegen Ende ist es theoretisch immer zu zeigen. Ja, genau. Man hat ziemlich viel Unnötiges. Ja, gegen Ende vor allem. Ich kann es dir zum Beispiel zeigen. Ähm, man hat drei Bags. Inziger vier Bags. Und später bekommt man noch Pads. Alles Upgrade, Benni. Ja. Ähm. Cool ist Upgrade, sehr schön. Wie gesagt, das ist ziemlich schnell voll. Das Gute ist, man kann alles verkaufen, was natürlich ziemlich anstrengend ist. Nach einer Zeit, aber man kriegt ziemlich viel Gold. Ja. Da ging alles Upgrade, wenn ich keinen Platz mehr nutzt. Ich hätte in Steam offline gehen sollen. Jetzt sieht man dort, wenn ihr jemand spielt. Du musst jetzt die Moana haben, damit wir das machen können, wenn nicht. Ja, aber man kann, ähm, bei der Freundschaftsliste offline gehen, oder? Achso, ja, stimmt. Tja, bin allerdings kompetent, sorry. Ja. Wirst du damit leben? Ne. Äh, es geht jetzt nicht. Äh, ok, haben wir noch was? Ähm, ich jetzt nur noch Mana für einen Turret. Ja, ich habe noch etwas, was ich mache. Willst du? Was? Brauchst du was? Oh, den könnte ich noch Upgrade. Ja. Sonst sind gleich Schalter. Jetzt kann ich sehen, der noch nicht ist. Ja. Wird schon passen. Aber ernsthaft, ich keine Ahnung, ich glaube nicht, dass Alptron sein wird. Das wird einfach an Sturm oder keine Ahnung, wie beim nächsten Modus erst. Oh, da wird irgendein Boss kommen, der uns so hart angehen wird. Ja, ich schaffe es schon. Kein Problem für die Kings. Ah, wieso geht das nicht aktivieren? Okay, jetzt. Boah, ich will leben da. Boah. Boah. Ne, der Mythical ist schon getroppt. Ja, das sind diese Transition Default-Tanky. Oh, der erste Gegner hat 60.000 Leben. Richtig geil. Geh mal in die Mitte zu mir, please. Wir, die normalen haben, werden die normalen starken 4.000. Die regeneriert mein Leben, als ich in Schaden mache. Bam. Warte, ich kann den hochwerfen. Ha! Alter, wir sind richtig im Arsch. Oh, jetzt. Ja, drauf. Es gibt keinen Lockdown auf den. Wir sind so hart. Oh! Der lag einfach so hart durch. Reparieren. Was das Zeug hält. Ich repariere auch noch. Nochmal reparieren. Oh, da hinten geht drauf. So macht man das Leute. Professionell. Ja. Da kleben wir die Stücken. BOOM! Nein, aber wir haben es geschafft. Ja, kann sich gleich eine neu setzen. Ja. Das ist nicht das Problem. Einmal abgelehnt, das ist falsch. So leicht geht das. Oh, wo ist das destroyed? Okay. Was? Ja, ein Turret von dir ist noch destroyed worden. Ja, da drüben, ja. Hey, wir kriegen die Schilde. Endlich. Nice. Jetzt machen wir keine... Jetzt kannst du die lieber auf, weil ich habe auch verbinden gebaut. Das heißt, meine machen wir auch nicht so viel damit. Also, wir sind nicht so gut. Okay. Ich kann dir einfach Diamanten geben. Diamanten geben wir mit... Was nochmal? Ja, das habe ich mich auch vorher gefragt. Ach. Ach, das ist doch schrecklich. Ich weiß noch, wie man diese Commands gibt mit C. Okay, das sollt reichen. Ich mache auf jeden Fall mal auf jeder Lane. Eine Barricade. Ach. Oh, keine Mana. Oh, wir haben schon zu viel. Okay. Haben wir schon zu viel? Dann nehme ich mal eines weg, so. Weil Barricades sind wichtig. Ja. Hättest du vielleicht ein bisschen näher dran, aber ja wurscht. Oh. Hast du noch welche, die wir nicht upgraden sind? Ich habe voll viel Geld. Ähm. Und riparen können wir alle. Ja, riparen sollten wir. Auf jeden Fall. Die sind doch nicht zu, aber wurscht. Wir können das doch gleich upgraden. Ja, ich kann es ja nicht an der Stufe drüber. Ja, stimmt auch wieder. Schon mal so geil. Alle beide verschnupft. Muss man schon sagen, wenn... Nach einer Zeit schon, die sah auch geil aus. Die Turrets, wenn sie weiter upgraden werden. Deine oder meiner? Beide. Also. Ich finde meine schon cool aus. Also die von Major. Aber die von... Ähm. Von Squire schon auch ziemlich nass aus. Ja, stimmt. Ja. Schon mal auf dem Minimap. Wie viele Turrets da stehen. Auch so viele fliegende. Sind nur vier gewesen. Snap die. Snipe! Snipe. Puh. Puh. Damage. Wir checken jetzt nie, wo die Besten kommen. Auch früher gemacht. Also wo wir noch die Pros waren und so. Ich bin Level 6 Bitch. Ja, ich auch. Wir sterben immer gleich auf. Praktisch. Die sterben einfach urschnell die Flinken. Muss ich denn schon sagen. Ja. Ja. Läuft. Ja, easy. Ich komm nicht hoch. Warte, ich komm zu dir. Du hast viele. Damn. Das wird ausgenommen von deinen Turrets. Was? Ja. Ich glaube eher das war dieser. Dieser Grill. Ja. Oh ja. Die Flinken. Ja. Wo war ich vorhin eigentlich. Ah, ich fand's cool. Also ich find's cool, dass das Game gratis ist. Da waren wir noch mal. Ja. Ähm. Ja. Läuft sie ihm. Ich werde Anton unterbrochen vom Spiel. Ich werde Anton unterbrochen vom Spiel. Ich hab jetzt nicht geschaut wo Leute kommen aber. Oder weh. Wo speziell welche kommen. Aber irgendwo wäre es welche die ich nicht offen 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 bin. ich glaube ich habe in der Runde noch gar nicht geschaut Oh Tricks, denke ich Tricks? Ja Oh cool Also auf meiner Linie zumindest Denk wie fast draußen Oh bei denen muss man wirklich aufpassen 4 Mitte, wenn ihr willst Mitte Echt? Glaube ich nicht Ich hab Ja Okay Ein mythical Item has appeared Oh ja Es ist mythical Uh, destroyed Achso, das war der, der die fliegenden Getarget haben Oh, da kommt der fliegende Interessant Müsst dann mal was repaaren Äh Ich erreichte nicht Oh, die Mache schauen Ja, das hast du ja schon mit Toten gegangen Nö, glaubst du, ein bisschen mit Territter umgegangen Äh Ach, die Toten Challenge kompliziert, die Bastikin Interessant Wenn du den Challenges gehabt? Ja, wie so sieht Ja, so die Normalenheit Fertig mal Sehr schön Unlocked Neue Fähigkeit Was ist du jetzt? Den Tonschild, oder? Ähm, schau mal Zwei Ja, stärker ein Schild Und dann ist auch schneller Ich schau mal nach I Charakter Ähm, Info Nope Proc Okay, man Verhöhnt In der Nähe stehende Gegner Und Man wird schneller Und der Schaden wird reduziert Okay Nicht schlecht Ja Schade, dass man noch nicht Level 90 Was ist denn? Was ist denn? Preparen Du hast sicher schon gehört, ähm, Far Cry kommt jetzt dann raus? Sicher, ist nicht schon draußen Ist ja schon draußen Eigentlich stimmt es ist schon draußen Hast du vor dir zu kaufen? Hm, weiß nicht Bin aber doch nicht so oft zu Far Cry kommen Aber Primarch hat ja ganz okay ist Weiß halt nicht, weil ich hab Von den Reviews ich dabei gehört hab So, von wegen Das ist so Ja, runter Also Es ist schon Far Cry Also es ist Far Cry Schöner als gehen Und ein paar neue und so und so Aber das Biest Meister schon ziemlich geil ist Also wo man so Kreaturen zähmen kann und so was Also meist den Marmots und so Also, ja Ja Ich finde auch, es weicht so ein bisschen ab Von den Far Cry, weil das war alles ein bisschen moderner Mit den ganzen, äh, Schießwaffen Mhm Aber, weil ich hab Für die Zuschauer, ich hab Far Cry 3 gespielt Ja Und Und Ja Das sag ich ziemlich Ja, spiel irgendwas anderes Also, hab's ja, gehabt Wir spielen kurz nicht Ja, ich spiel Far Cry 3 Ich Ja, sie hab's durchgespielt einfach in einem Tuch Ziemlich Alle beiden Wenn ich einfach durchgehen bei Far Cry 3 Äh, also ich liebe Far Cry Ich mag auch Ubisoft irgendwie Wenn die ist einfach der Ubisoft Fanboy, ist du Auf du Ja Ähm, haben die nicht auch Hitman? Hm, bin ich mir nicht sicher Nein, Hitman war von einer, ähm, japanischen Von einem japanischen Publisher Das ging schnell Ich bin tot Das ging schnell Ich bin tot Das ging schnell Ja, Speerschießen sind tot Die schießen nämlich durch Zeug Weil die schießen die ich sperre, oder? Ja Ja Wow, so wie bei Far Cry Primer Ja Alles kommt durcheinander zurück Alles kommt durcheinander zurück Ja Das musst du machen Du bist ja der Fanboy auf dem Ja, eigentlich schon Wer kann Watch anders machen Naja, aber David mag das Spiel auch schon Ja Ist auch ein ziemlicher Fanboy Oh, wieder ein Challenge completed Ich hab Ich hab Ich weiß nicht einmal Was ich Challenge hab Ja, das ist Diese Sachen Diese Monotsquests schließlichweise Achso, die Monotsquests Ja, das kann nicht sein Ich helfe dir mal Du schaust irgendwie Ich bin nicht gestresst aber Ich bin richtig gestresst Okay Passt Oh, diesen ganzen Aluhu Akbar Monster Ah, nein, noch nicht Ich lebe noch 15 Leben Äh, 15 15 Markus lebt YOLO No Risk No Fun No Risk No Fun No Risk No Fun in DD2 Du mit deinen 15 Leben Okay, Stufe 10 Wir können auf Stufe 3 Jawoll Nice Sehr schön Abilities Boom 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 Upgrade 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 Ich hab mein Level 25 gelöscht Und jetzt hab ich hier schon wieder ein Level 10er Easy Aber da könnte es jetzt knapp werden mit den Upgrades Also ich hab genug Upgrade Oh, ich hab noch ne Box Stimmt Ja, das hab ich auch noch Ich werde mal die Wals Upgraden Ich werde mal die Ich bin mit mir schon grader Also die Wals sind sicher nicht ok Du brauchst du noch Mana? Also du Größte Ich hab jetzt noch 200 oder 2 Upgrades kann ich nur machen Auf meiner Seite ist es uns dann so toll, wie passend Da, ich mach den noch ab. Ich habe Crane in deinen Turret noch. Sind alle schon da. Letzte Wave. Letzte Wave, ja. Sind die alle schon, ja. Warte. Der ist noch nicht. Die sind alle schon den neuen. So, passt. Jetzt tut es. Oh, übrigens, links kommt ein Boss. Bei mir jetzt, oder? Mit deiner Linie, ja. Okay, es kommen viele Fliegende, hast du denn? Ja. Oh nein, die hell-monsters sind wieder da. Erstmal Insta-töten mit Kregeln. So machen wir das. Boah, du bist gleich wieder tot, Alter. Ja, wegen den fucking Explositions. Ja, immer diese Alu-Wagpa. Ja. Fändig hab grad gedacht, das springt in dein Gegner über die Wohlen. Also. Uuuh. Wohlen, Alter, da kommen viele Fliegeviecher. Wohlen. Erstmal bei dir aushelfen. Ich sterb' ich auch gleich. Ja, ich habe dieses Fliege, also, ausnahmslich. Oh. Die gehauen wirklich richtig an. Das kommt doch da. Was kommt? Das kommt. Eigentlich der Uge ist von den... Von den Bossen, die ich mir erinnere, eigentlich der stärkste, oder? Ja. Ist der, der am meisten... Ist immer da hin. Also, der am meisten, natürlich, loswerden. Ja. Oh. Oh. Ja, diese komische Erdbebenwelle, genau. Boah. Die ist so dumm. Ich muss Abstand nehmen. Ich muss das sagen, unsere... Boah. Unsere... Jerry Reds, man. Sieh mich, will schauen. Ja, schon. Ich habe gerade keine Zahlen mehr zur Fähigkeit machen. Oh mein Gott. Ich sage mal, easy. Oh ja. Sehr schön. Und nach jeder Runde bekommt man eine coole Truhe, die bewertet, also wie gut du halt gespielt hast, so gut wird die Truhe. In meinem Fall ist sie... Epic. Nur für Köppich. Ach, der Markus muss wieder angeben. Nimm ich sie. Oh. Boah. Hast du auch einen Level 15er? Ja. Die dritte... Voll der große Sprung. Ja. Warte, was waren wir da vor 10, oder? Davor waren wir 1. Also meist vor der Runde. Vor der Runde waren wir nämlich 10. Oh ja. Easy. Easy. Ich habe einen Eyebeck bekommen. Einen Dragon Egg. Nice. Ja. Wir machen einfach weiter mit schweren Modus die Sache. Ich finde auch das ist besser so. Warte, ich muss kurz checken wie viele... Ah warte, wir müssen jetzt mal Fähigkeiten... Also... Besser du mal Tauern. Ja. Ähm... Genau. Das war die erste Folge von Dungeon Defenders 2. Ähm... Ich freue mich schon auf die nächste. Mit den Markus. Jo. Und mit den Worten sage ich Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü